Die Henne legt ein Ei, zum Frühstück sogar zwei, fürs Omelette legt sie vier. Die Henne, die heißt Karolin, ist das ein liebes Tier. Bei den Eierpreisen haben wir ein Huhn gekauft, wir nahmen's mit nach Haus und haben es Karolin getauft. Wir sitzen vor dem Küchentisch, der Hunger ist schon groß, plötzlich rührt sich Karolin, was hat sie denn bloß? Die Henne legt ein Ei, zum Frühstück sogar zwei, fürs Omelette legt sie vier. Die Henne, die heißt Karolin, ist das ein liebes Tier. In der kleinen Wohnung gibt es leider ein Problem, das Huhn um fünf Uhr früh schon schreit, das ist nicht angenehm. Die Nachbarn sind schon sauer, einer holt die Polizei, die fragt, was ist denn los? Da sagt er, hören's doch, das Geschrei.